Was ist denn meine lieben Freunde? Hier ist wieder euer Junge Simon Desti und ich bin hier mal wieder in der Hamburger City am Stizzle. Ihr wisst was bedeutet, das bedeutet wir werden ein bisschen rumgehen, ein paar Leute befragen und heute machen wir das ganz spezielle und zwar wir werden Preise raten von Schuhen, beziehungsweise ihr könnt mitmachen. Erstmal zeige ich euch einen Schuh, werden die Leute fragen, was denkt ihr, wie teuer es ist und ihr müsst raten auch zum Beispiel da draußen, falls ihr das versteht und dann gucken wir, wie teuer es ist wirklich. Ok, also ich habe hier Joana am Start und? Flavia. Aber wo kommt das Name hin? Aus dem Lateinischen, aber ich bin von Guayana und der Toppen. Ok, hab ich nicht verstanden, aber ok. Ok, also ihr müsst einfach raten wie teuer ist dieses Paar Schuhe? 20 Euro. Es sieht so billig aus, aber 50. 50. 50? 20, 50? Ja. Ihr lockt diese Daten ein? Ja, diese Daten. Ok, dann, aber warte mal, ihr habt noch eine Chance? Ich gebe euch 100 Euro, wenn ihr nah rankommt. Mit nah meine ich 50 Euro nah dran. Ernst. Jetzt, jetzt, jetzt ernst hier, ok. Ihr habt noch eine Chance. 120. 120? 200? 200? Ok, also der Schuh, der Preis, du warst nah dran. Kriegst du dieses Cash aus meiner Tasche hier? Leider nicht, denn die Schuh kosten 1.100 Dollar. Ey, guck mal, die sind jetzt wieder fest. Hä? Die sind auch fresh? Wir haben jetzt zwar Designer als Fashion-Kolonist am Start. Was geht Jungs? Alles gut? Ja. Was geht, was geht, was geht? Was aber kann ich euch eine Frage stellen? Weil ich sehe gerade, die hat ein bisschen Zweig am Start und so. Wir machen kein, wie viel ist dein Outfit wert heute. Wir müssen mir sagen, wie teuer sind Schuhe. Kriegen wir es hin? Ich kenn mich da nicht so aus, aber ich kann es mal probieren. Ja, probieren wir einfach mal. Wie teuer sind diese Schuhe? 100 Euro, sagt der. Das Ding ist, ich kann eigentlich es hören, weil da hinten so ein Ding ist. Ja! Kannst du aufhören zu fahren? Ja, würde ich sehen. Okay, 100? Und du? Ich sag auch 100. 100, beide sagen 100. Ja, würde ich sagen, na dann. Kosten? 55. Guck mal, er ist voll verbildet. Hä? Hä? Jungs, ist super simpel. Ihr müsst alles an, Kamera, alles? Ja, alles gut, alles gut. Guter Mann. Ihr müsst einfach raten, na warte mal, diese Boys kommen aus Österreich. Österreich, hab ich gerade Spitzlanddeutsch geredet oder Österreich? Ja, das ist aus Wien. Aus Wien, genau. Wien, ah nice. Grüße geht raus an Wien. Habt ihr irgendwas cooles da, was wir machen hier, ne? Nein, eigentlich nicht. Doppel H, Wien und Kill Boys, also super easy. Ihr müsst nur raten, wie teuer die Schuhe sind. Wenn ihr es schafft, nah heranzukommen. Aber warte mal, haben die vorher hingehört, wie teuer die waren? Nicht, dass sie jetzt... Nein, 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 nein. Ich hab nichts gehört. Ich hab nichts gehört. Ich hab nichts gehört. Normalerweise würde ich sagen, ihr kriegt 100 Euro, wenn ihr in der Spanne von 15 Euro dran seid. Da ich aber nicht weiß, dass ihr eben Züge habt, kriegt ihr das leider nicht. Okay, dann eine andere Frage. Nein, voll schon. Also, wie toll sind diese Schuhe? 20, 30. 70, 80. Ich sag 100. Ich sag 20, 30. 20, 30, 70, 80, ungefähr 100. Hätte ich mal doch denen fast Geld gebieten sollen. Denn, Jungs, diese Schuhe kosten... Jetzt kommt's. ...1.100 Dollar. Boah. Wer gibt das dafür aus? Das hat mich auch gefragt. Weil das ist echt jetzt nicht so geil. Ist das wirklich echt? Ja, Mann. Besser diese Designer so. Jo, Mann, ich hab zu viel Geld, ich muss scheiße aussehen. Ja, 1.100 Dollar. Aber, ihr habt ja schon gemerkt, das sind komische Schuhe hier. Das wird aber, glaub ich, einfacher. Weil, wenn ich so gucke... Ja, ein bisschen Style habt ihr ja schon. Was ich mich auch frage so, ne? Also, wir sind ja in Hamburg. Und ich weiß ja nicht... Wartest du schon mal in Hamburg? Nein, das erste Mal. Das erste Mal. Das erste Mal. Und ich kann euch sagen, eigentlich ist das Wetter hier nicht so gut. Deswegen frage ich mich, wieso läuft hier mit T-Shirt, Unterhemd... Ist doch nicht kalt, der ja? Nee, danke. Bruder, ich bin hier am Pulli. Pulli, das ist kalt. Hamburg ist kalt. Ich hab wahrscheinlich gedacht so, Hamburg, geiles Wetter. Nee, nee, willkommen in Hamburg. Selbst im Sommer ist es kalt. Nee, okay. Zurück zum Thema. Diese Schuhe, wie teuer? Nee, ein 6. Ja. Oh nein! 1.000? 1.100. 1.100. 1.100. 1.700. Gute. Gute Preise auf jedenfalls. Zum Glück habe ich vorher nicht gesagt, ihr kriegt Geld. Denn die Schuhe kosten 1.300. Ich weiß jetzt nicht, wer nah dran war, aber ihr wart extrem nah. 1.200. Extrem nah. Wirst du sagen 1.200? 1.200. Digga, dafür kriegst du erstmal den Dings. Du bist der Erste, der es geschafft hat, richtig nah an ein Schuh ranzukommen. Hä, warte, wie viel hast du gesagt? 1.200. Digga, 95 Euro Unterschied? Ich glaub, glaub ich mal. Irgendwas. Wir haben es dann später nochmal. Lass doch kurz Revue passieren. 1.200. 1.200. Schalk einmal hier diese... Bitte. Bitte. Das ist so... Ja, okay. Na gut, aber mit den Jungs am Start. Die sind aus Wien. Danke. Leute, wenn ihr bis jetzt noch guckt, warum habt ihr euch nicht abonniert? 60% von euch gerade, ich habe Statistiken gesehen, haben noch nicht abonniert. Also, falls ihr euch nicht abonniert habt und immer noch guckt, klickt jetzt auf den Abonnieren-Button und werdet ein Teil der YMG, der YMU-Begang. Wir sind schon 3,6 Millionen Abonnenten. Meine Schwester ist auch hier am Start gerade. Hallo! Also, wo kommen die hier aus? Berlin? Ja, ja. Ich auch nicht. Yes, so muss das. Klassefahrt aus Berlin. Also, ist super simpel. Ihr müsst einmal raten, wie teuer die Schuhe sind, ja? Ja. Wenn ihr es schafft, da heranzukommen. Ey, nein, doch nicht, weil er stummelt, er gibt denen dann die Zahlen. Ich halte ihn raten, ich halte den Mund. Ja, lieber doch nicht. Also, ihr müsst einmal die Preise raten für die Schuhe, ja? Mhm. Ich sehe, ihr habt die Schuh-Swag am Start. Ich glaube, ihr kriegt das hin. Wie teuer sind diese Schuhe? Ähm, 150 Euro. Äh, 140 Euro. 140 Euro. 70 Euro. 140 Euro. 150 Euro. 150 Euro. Ja, 20 Euro. 40 Euro. 40 Euro. 40 Euro. 40 Euro. 40 Euro. Keiner von euch war irgendwie nah dran, denn die Schuhe kosten... 1.100 Dollar. 1.100 Dollar. 1.100 Dollar. Kannst du immer über die schwarzen noch so richtig riechen, so hängen? So will ich aber auch rechnen, aber okay. 1.100 Dollar. 1.100 Dollar. 1.100 Dollar. Würdst du dir nicht überhaupt lohnen, ne? Würdest du dir holen? Niemals. Niemals. Ich schon. Ich schon. Jetzt ist diese Lack-Schuhe wie Design am Start. Was, wie teuer denkt ihr sind diese Schuhe? 10 Euro. So Ali-Center hinten bei der Ecke. So. 1.500? 1.500? 6.50. Ähm... 553. Ich sag 6.50. Okay. 1.500. Die Schuhe sind... 1.300. Tych! Ja! Du warst nah dran. Du warst nah dran, Digga. Doof. Nice. Okay, das war's ja schon. Das war's. Super. Ich glaube, du warst am nächsten. Ja. Die waren mit von allen, glaube ich, am nächsten, oder? Ich glaube schon. Ja, dafür kriegt's auf jeden Fall. Nice swing. Genau. Okay. Viel Spaß noch in Hamburg. Wie lange seid ihr? Bis morgen. Bis morgen. Ja? Und viel Spaß auf jeden Fall. Und grüßt mir Berlin.